Hey Neuer, warum warst du schon mal auf Unteraschen? Ich bin hier um Geld zu verdienen. Und, das ist ein Schlitzrohr? Die sind jetzt komplett verrückt geworden, oder? Habt ihr schon mal an die Einheimischen gedacht? Ja, nur. Deswegen wollen wir ja einen Wasserkraftwerk. Ja, wie jetzt? Ich meine, ich war ein Million. Ja, genau, genau, genau. Bravo, eine Dame, bravo! Kolch wo sie gesagt, dass sie zu einem Niematschen sind? Wie war das? Ja, muss ich noch einmal wissen, was? Na Rekata. Ja. 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 Ich bin der Mann. Ja! 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 Ja. 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 Ich stehe nicht auf Gewalt. Du kannst nicht einfach selbstständig was abdrehen. Wir haben hier was zu schaffen, was zu erreichen. Wir bringen hier Infrastruktur mit drin. Dieser Kollege in dieser Turf große Probleme, meiner Freundin. Mein Leben ist manchmal kompliziert. Er hat vollgebracht. Meine Art. Hast du angependelt? Wieder miteinander oder gegeneinander? Mich hält nix zu Hause. Gehst du kein Heimweh? Was ist Heimweh? Ich bin Heimweh. Ich bin Heimweh. und Ich bin Heimweh. Ich bin Heimweh.